Bist du stolz auf Deutschland? Deutsch! Ähm, schwierige Frage. Boah, das ist als deutsch schon mal eine schwere Aussage, ne? Ja, ja, ein, ja? Ich kann das nicht mehr, ne? Ich schwöre, man merkt immer, ich bin nicht mehr kompatibel mit dieser Gesellschaft. Ich merke es mittlerweile. Weil schaut euch mal bitte an, wie die sich schwer tut, um diese Frage zu beantworten. Guckt mal, die Mimik, guckt mal bitte auf die Mimik. Schaut mal auf die Mimik. Das EM-Fieber ist ja nach wie vor da, obwohl ich so das Gefühl habe, naja, so richtig im EM-Fieber ist man nicht. Aber die öffentlich-unrechtlichen Medienanstalten, die sehen da draußen natürlich eine ganz, ganz große Gefahr. Weil sie glauben nämlich dadurch, dass da draußen jetzt immer mehr Leute mit Deutschlandfahnen, ja, hin- und herschwenken, dass eine gewisse Stimmung wieder kippen könnte. Ja, jetzt fragt ihr euch da draußen natürlich vollkommen zu Recht, was denn für eine Stimmung? Naja, die Leute da draußen könnten wieder zu Nationalstolz werden. Ja, kein Scherz. Ja, wir hatten es hier letztens noch, als wir uns das Video von Clownwelt angeschaut haben, wo Sarah Bosetti auch natürlich diese unfassbare Angst geäußert hatte. Aber es ist tatsächlich nicht nur Sarah Bosetti, die sich diese unfassbare Frage stellt. Nein, die öffentlich-unrechtlichen scheinen jetzt nochmal nachzuliefern, denn jetzt gibt es einen Beitrag darüber, ja, wie denn generell die Deutschen über Nationalstolz denken. Ja, sie haben sich es wirklich zur Aufgabe gemacht, die Leute draußen zu befragen, was sie für Nationalstolz halten. Ja, und das habe ich mir gedacht, das wäre doch jetzt doch perfekt für diesen Stream hier heute. Ja, und dann schauen wir uns doch mal, was die Leute da draußen jetzt sagen, was sie denn generell von Nationalstolz halten. Und vor allen Dingen, wie es generell dem Deutschen so liegt, überhaupt Nationalstolz zu äußern. Weil ihr wisst ja, das ist ja immer ein unfassbares Problem hier in Deutschland. Und ich würde mal sagen, wir legen los. Ich empfinde keinen Stolz über Deutschland, keine Ahnung. Oh, da war er direkt wieder der Richtige, wie ich dir direkt in den ersten Sekunden. Also ich empfinde keinen Stolz über Deutschland, auch keine Ahnung. Ei, 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 ei. Es ist wirklich, es ist unfassbar. Man muss hier wieder an der Stelle wirklich eine Sache sagen, es ist unglaublich, ja. Es gibt kein Land der Welt, beziehungsweise es gibt keine Einwohner eines anderen Landes in dieser Welt, die sich so sehr hassen wie die Deutschen. Es ist unglaublich, was diese Umerziehung gebracht hat. Die Deutschen scheinen wirklich Angst zu haben, stolz auf ihr Land zu sein. Wirklich, es ist atemberaubend, das Ganze. Massenansammlungen von Deutschland fahren, erstmal, ja, einen Schrecken auslösen können. Die einzigen, die eigentlich ein großes Problem mit Deutschland haben, sind die Deutschen. Bist du stolz auf Deutschland? Ähm, schwierige Frage. Ey, wieso reagiert man da so? Ey, es ist so geil. Wieso reagiert man denn da so? Bist du stolz auf Deutschland? Äh, äh. Können Sie das hier mal anderen Fragen? Ich kann nicht antworten. So, als, wirklich. Unglaublich. Ja, entweder sagst du ja oder nein. Und wenn du ja sagst, dann musst du dich rechtfertigen. Sagst du ja, ich bin stolz auf Deutschland. Punkt. Und jetzt gehen sie mal weiter. Ja, es ist wirklich, es ist so unfassbar, das Ganze. Hier sieht es nach ziemlich viel Nationalstolz aus. Auf Deutschland beim EM-Eröffnungsspiel. Oh mein Gott. Sie haben sich gewagt, da draußen die Nationalhymne zu singen. Oha. Ja, also dass da nicht schnellstmöglich das SEK eingeschreitet ist, um die ganzen Leute dort erstmal schön zu verprügeln, um sie dann von der Fanmeile zu jagen. Also, es ist schon sehr kurios, dass das nicht passiert ist. Wahnsinn. Ohne Deutschland wäre hier gar nichts los. Ohne Deutschland wäre gar nichts los. Bist du stolz auf Deutschland? Stolz würde ich nicht sagen, aber ich bin glücklich, hier in Deutschland zu leben. Stolz würde ich nicht sagen, aber ich bin sehr glücklich, hier in diesem Land zu leben. Man merkt richtig krass, wie es denen schon so eingetrichtert worden ist. Sollte die Frage mal kommen, dann antworte so, dass du nicht stolz auf das Land bist, aber du kannst ja sagen, dass du gerne hier lebst. Aber muss aber jetzt auch wirklich fair sein. Man kann aktuell nicht wirklich stolz auf das Land sein, aber das hat ja die Politik zu verantworten da draußen. Das ist ja aufgrund dieser wirklich unglaublich fehlerhaften Politik, aber man kann ja trotzdem stolz auf die Vorfahren sein. Ja, selbstverständlich. Bist du stolz auf Deutschland? Deutsch. Schwierige Frage. Boah, das heißt Deutsch schon mal eine schwere Aussage, ne? Ja, ja. Ich kann das nicht mehr, ne? Ich schwöre, man merkt immer, ich bin nicht mehr kompatibel mit dieser Gesellschaft. Ich merke es mittlerweile. Weil schaut euch mal bitte an, wie die sich schwer tut, um diese Frage zu beantworten. Guckt mal, die Mimik, guckt mal bitte auf die Mimik. Schaut mal auf die Mimik. Ja, habe ich jetzt die richtige Antwort gegeben? So, ja, entweder bist du stolz oder nicht. So, achtet mal darauf. Sie fragt sich in dem Moment, habe ich denn die richtige Antwort gegeben? Das ist unglaublich. Oder merkt ihr, wie die Erziehung bei den Leuten gefruchtet hat? Unglaublich. Deutsch. Ähm, schwierige Frage. Boah, das heißt Deutsch schon mal eine schwere Aussage, ne? Ja. Ja. Ein... Ja? Ja, auf die Werte. Ja, ja, ja. So. Ich lasse mich auch in Ruhe. Es ist unglaublich. Es ist unfassbar. Ja. 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 Ja? Ja, auf die Werte, die Deutschland vertritt. Die demokratischen Werte. Natürlich. Würdest du doch auch seit der EM sagen? Sicherlich. Würdest du doch auch seit der EM mit so einem Trikot rumlaufen? Ja, mache ich tatsächlich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich stolz auf Deutschland bin. Aber warum bist du nicht stolz? Ich denke nicht so drüber nach. Ich empfinde keinen Stolz über Deutschland. Keine Ahnung. Also wir können immer... Ach komm, ich muss jetzt nicht zu jedem was sagen. Stolz auf uns sein, finde ich. Wahrscheinlich weniger stolz als andere Nationen auf ihr Land sind. Warum? Frage. Ich jetzt direkt die Gegenfrage stellt. Warum? 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 Warum denn jetzt? Da fragt doch mal nach, warum. Und dann hätte... Ich schwöre es euch. Und dann hätte der höchstwahrscheinlich, wäre der wieder im Zweiten Weltkrieg gekommen. Ja, aufgrund dessen Zweiter Weltkrieg... Ja, das interessiert keinen mehr. Das ist passiert. Wir leben mittlerweile im Jahre 2024. Du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Du musst die Gegenwart verändern. Und vor allen Dingen die Zukunft besser machen. Was können wir dafür, was damals war? Und man muss ja auch hier fairerweise dazu sagen, das war ja Deutschland nicht immer auch alles alleine. Da waren ja auch noch andere Länder, die auch ihre wirklich fragwürdigen Sachen gemacht haben. Das ist ja nicht immer nur so. Deutschland war immer alles. Klar, was passiert ist, war schlimm. Keine Frage. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich distanziere mich ja auch generell von Kriegen. Aber so, warum muss man denn immer wieder auf diese Zeit zurückgehen? Das ist passiert. Was passiert ist, ist passiert. Du kannst dich beändern. Sei doch stolz, dass wir so lange in Frieden leben. Ja. Also zumindest noch. Ja. Also da wird ja auch wieder ordentlich gezündelt derzeit. Aber warum kommst du denn immer wieder mit dieser Zeit? Keiner von uns kann was dafür, was damals passiert ist. Keiner. Unfassbar. Das wirklich so? Für das EM-Spiel Italien gegen Albanien sind viele der Fans nach Dortmund gekommen. Die albanischen Fans feiern schon Stunden vor dem Anpfiff ihr Land. Ja. Und so ist das auch vollkommen in Ordnung. Und so ist das auch vollkommen richtig. Feiert eure Nation. Feiert eure Mannschaft. So ist das auch vollkommen legitim. Und so darf das jedes Land dieser Erde tun. Punkt. Die italienischen Fans sind genauso drauf. Wir fragen die Fans, wie es mit ihrem Nationalstolz aussieht. Wie schauen sie auf Italien und Albanien? So. Und jetzt, sofern hier nichts gestellt ist, kann ja sein, dass die Öffentlich-Unrechtlichen hier irgendwas stellen. Und jetzt achtet mal auf die Antworten dieser Nationen. Jetzt achtet mal darauf, wie die Nationen jetzt antworten. Ja? Also die Leute der jeweiligen Nationen. Achtet jetzt mal bitte drauf. Das, was ich euch immer wieder sage. Aber kann natürlich jetzt sein, dass die da was stellen. Aber in der Regel weiß ich ja, wie die antworten. Aber egal. Achtet mal auf die Antwort jetzt. Sind Sie stolz auf Albanien? Wir sind alle stolz auf Albanien. Wir sind das beste Volk der Welt. Sind Sie stolz auf Italien? Ja, klar. Ja, ja. Immer. Am meisten, weil die Leute schön sind und offen und ja, Essen ist gut und ja. Aber Italien ist in meinem Herz. Albanien und Italien, wir sind Brüder. Wir sind die besten Länder. Italien und Albanien, beste Länder. Vergiss nicht, Deutschland schönes Land, aber Italien und Albanien, wir sind die besten Leute. Ja, da seht ihr, dass ich euch nicht veräpple, was ich euch hier immer erzähle. Weil ich weiß ja ganz genau, wie die immer antworten. Ich kenne mich ja aus. Ich bin ja jemand, der auch multikulturell agiert. Ja, so. Und jetzt habt ihr mal die Unterschiede gesehen. Und das war jetzt nur ein kleiner Auszug. Du kannst jedes Land fragen. Es ist egal, wer da jetzt gewesen wäre. Ob es Italien ist, ob es Spanien ist, ob es die Franzosen sind. Egal wen. Jeder würde dir dasselbe antworten. Aber bei Deutschen ist es ein Verbrechen, stolz auf sein Land zu sein. Was? Und das ist das, wo ich mir sage, tickt ihr alle eigentlich noch ganz sauber? Kommt mir doch nicht immer wieder mit dieser einen Zeit an. Diese Zeit ist vorbei. Das will keiner mehr haben. Schließt doch endlich mal mit dieser Zeit ab. Wir sind eine Generation, die nichts dafür können, was damals passiert ist. Und auch unsere Eltern, ja, sind es nicht mehr schuld gewesen. Und ja, und auch Teile unserer Großeltern war es sich schuld, weil die erst da geboren wurden sind. Meine Oma ist 1940 geboren. Ja, die kann natürlich was dafür. Ja, ja, klar. Also einer meiner Omas war 1940 geboren. Klar, natürlich. Schließt doch mal mit der Zeit ab. Liest doch endlich mal damit ab. So ist es doch am Ende des Tages. Ja? Leute, kommt mal klar. Nicht größer sein. Hier hält sich keiner zurück. Keiner zögert. Sie sind stolz auf ihr Land. Aus tiefsten Herzen und haben kein Problem, das auch offen zu zeigen. Ja, vollkommen legitim. Was wir hier im Großen sehen, ist die Familie Edwards im Kleinen. Jeremy als Amerikaner kennt kein Leben ohne Nationalstolz. Seine deutsche Ehefrau Sarah sieht das etwas anders. Ey, wenn ich das schon wieder höre, ey. Oh, ha, ha, ha. Ja, es sind Amerikaner. Siehst du, Amerikaner, die sind so. Das ist einfach nur mal so. Und das gehört da auch zum guten Ton in Amerika. Und ich sag euch immer eine Sache. Und das kann sowieso jeder bestätigen, der vielleicht schon mal in Amerika war. Wenn du in Amerika hingehst und, ich sag mal, die Nationalflagge besudelst, sag mal so, ablehnst, wie auch immer. Oder generell, so auf die Nationalhymne keinen Wert gibst und so weiter. Dann bist du, in Amerika gehörst du zu einer Minderheit. Und dann gucken die dich schon so schräg an und denken so, naja, was soll denn das, dass du hier scheinbar unsere Nation so ein bisschen verachtest. Da kommt sowas hervor. Hier in Deutschland wirst du dafür gefeiert. Geh mal in eine Fußgängerzone und schmeiß mal die deutsche Nationalflagge auf den Boden. Und dann trittst du da mal so drauf rum. Dann springst du da mal auf die Nationalflagge so rum. Du wirst, von einigen Leuten wirst du Applaus bekommen. Manche gehen so teilnahmslos vorbei, sagen nix. Aber manche Leute stehen da und geben dir Applaus. Versuch das mal, was ich dir gerade gesagt habe, in irgendeinem anderen Land. Fahr mal nach Albanien und spring auf der albanischen Flagge rum. Da fängst du dir direkt eine Ohrfeige. Geh mal nach Italien, mach da mal dasselbe. Fängst du dir ebenfalls eine Ohrfeige. Geh mal nach Amerika und versuch das da mal. Du wirst überall, wirst du, ich sag mal, deine Repressalien erfahren. Nennen wir es mal so seriös. Aber hier in Deutschland, da stehen die so da. Richtig. Scheiß auf Deutschland. So stehen die dann da. Die sind vollkommen Hirngewaschen da draußen. Vollkommen Hirngewaschen. Das ist wirklich unglaublich. Also das ist unglaublich. Die beiden sind Influencer. Ihr Content, kulturelle Unterschiede zwischen den USA und Deutschland, die sie in ihrem Alltag bemerken. Das Paar hat einige Jahre zusammen in den USA gelebt. Ja, ey, Alter, Sandra, lass doch deinen Mann essen, was er will. Wenn der Salz auf sein Ei will, da soll er Salz drauf tun. Und du schreibst ihm vor, dass er Maggi drauf tun soll. Lass dich doch essen, was er will. Für Jeremy ist Nationalstolz schon immer Teil seines Lebens gewesen. Er hat ja hier nichts untertiteln oder so. Also er hat jetzt gerade erzählt, dass das in Amerika normal ist, dass man das auch schon im Kindergartenalter auch schon so beigebracht bekommt. Dass man halt die Nationalhymne singt und so weiter. Also jetzt sind wir nur kurz hier runtergebrochen. Und ja, so ist es ja. Ist doch vollkommen legitim. Ist doch korrekt so. Solange das alles, wie gesagt, ein ganz gesunder Nationalstolz ist, kann man dagegen nichts sagen. Ist alles wunderbar. Und so sollte das in Deutschland auch mal mittlerweile sein. Mein Gott, seid doch mal wieder ein bisschen stolz. Zeigt doch mal wieder ein bisschen Flagge. Es ist doch wirklich schlimm. Ihr müsst euch doch nicht für das schämen, was mal war. Wir können doch gar nichts dafür, was damals war. Und außerdem, es waren doch eh Österreicher. Entschuldigung, ein Österreicher, Entschuldigung. Hier war mir schon eine Mehrzahl draus gemacht. An die sind es schuld. Das ist einfach den Österreichern alles in die Schuhe schieben. Da geht es doch viel besser. Die Pledge of Allegiance, ein Treueschwur gegenüber der USA, ist ein Bestandteil an vielen amerikanischen Schulen. Der Schwur soll die Einheit und die Gemeinsamwerte der USA symbolisieren. Für Sarah ein Schock, als sie das zum ersten Mal an einer Schule erlebt. Warum redet die jetzt nicht Deutsch? Kann ich immer wenigstens Deutsch reden? Ja, es hat sie, wie gesagt, am Anfang schockiert, wo die das alles mitbekommen hat. Ja, dass das da so patriotisch in Amerika gemacht wird. Ja, also, dass man da so eine Art Eid schwört. Ich meine, wie gesagt, man soll einen gesunden Nationalstolz haben. Aber wenn es dann aber auch zu sehr in eine etwas zu heftige Schiene rutschen würde, würde selbst ich auch sagen, komm, ist jetzt gut. Wir müssen es nicht übertreiben. Wir können das Land feiern. Wir können alle gemeinsam feiern. Wir können auch für das Land einstehen. Aber man muss es jetzt auch nicht ein bisschen zu übertreiben. Wieso, es gibt ja auch Länder, die übertreiben das auch zu sehr. Da muss man hier auch mal an der Stelle sagen. Deswegen, eine gesunde Einstellung ist doch korrekt. ... mehrere Jahre in den USA gelebt und ist jetzt froh, zurück zu sein. Als ich in Deutschland geflogen habe, habe ich gesagt, dass ich nie zurückgekommen würde. Ever. Und dann habe ich gesehen, welche Privilegungen wir hier in Deutschland haben. Und ich denke, dass viele Leute nur die Vacation sehen oder was sie online hören oder was sie sehen. Also sie hat gedacht, nachdem sie nach Amerika gegangen ist, dass sie nie wieder nach Deutschland zurückkehrt. Und dann hat sie aber gesehen, wie privilegiert wir hier in Deutschland angeblich wären. Und dann ist sie zurückgekommen. Warum die Deutschen so zurückhaltend sind, versteht Jeremy nicht. Für ihn überwiegen die ganz praktischen Vorteile des deutschen Alltags. Also, das Gesundheitssystem sei hier so gut, laut ihm. Für ihn ganz... Mehr familienorientiert. Ich weiß nicht, ob er da von Deutschland redet, aber gut. Klar, er ist stolz auf Deutschland und freut sich, das bei dieser EM zu zeigen. Wieso ist unser Nationalgefühl heute, wie es ist? Mr. Wissen2go hat sich die Geschichte des Nationalstolzes der Deutschen mal für uns angeschaut. Oh ne, jetzt kommt doch noch Mr. Wissen2go. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre. Einen deutschen Staat wie heute gibt es nicht schon immer. Die Geschichte ist kompliziert. Wir zeigen euch das mal in ein paar Etappen. 1871 wird das Deutsche Reich gegründet. Aus vielen kleinen Einzelstaaten, die das Gefühl hatten, wir gehören zusammen. Zum Beispiel, weil sie alle Deutsch gesprochen haben und eine gemeinsame Kultur hatten. Guck mal, ne? Das ist immer wieder so dasselbe. Ist, dass man so... Ja, jetzt machen wir ein bisschen Geschichte. Jetzt fangen wir bei 1871 an. Und jetzt erkläre ich euch mal, warum das hier so kompliziert ist. Ja, mag ja sein. Mag ja jetzt alles sein. Das, was er jetzt zeigt, dass das alles stimmt. Wie gesagt, zweifle ich nicht an. Aber Herr Mr. Wissen2go, das, was sie jetzt zeigen, ist alles Vergangenheit. Das, was jetzt gerade ist, ist die Gegenwart. Und ich sag mal so, es zählt, was in der Gegenwart ist und nicht, was irgendwann mal war. Ja, weil dann können wir nämlich immer damit anfangen. Dann können wir sagen, ja, ich wäre ja eigentlich Millionär, aber die richtigen Zahlen kamen gar nicht. Ja, jetzt würde ich ja die richtigen Zahlen schreiben. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätt ich im Lotto gewonnen. Das bringt halt nichts. Du kannst nicht in die Vergangenheit zurückreisen und alles wieder besser machen. Du musst die Gegenwart gut machen und die Zukunft noch besser. Und so erreichst du was Gutes. Es gab auch schon eine Gemeinsamkeit früher, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Im Deutschen Reich haben jetzt alle denselben Kaiser und zum ersten Mal eine gemeinsame Verfassung. Der Stolz auf diesen gemeinsamen Staat, der kommt damit quasi von allein. Nur oft ist damit auch noch ein anderes Gefühl verbunden, nämlich die Deutsche Nation fühlt sich anderen Nationen gegenüber überlegen. Andere Staaten machen das auch. Alle wollen mehr Macht. Das Deutsche Reich ist mitverantwortlich für den Ersten Weltkrieg. Die Deutsche Nation scheint das aber noch mehr zusammenzubringen. Die Deutschen kämpfen gemeinsam, am Anfang mit voller Begeisterung. Es ist so unfassbar. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen und es stresst mich jetzt gerade auch. Und ich will auch nichts mehr dazu sagen. Ich lasse es jetzt einfach weiterlaufen. Es ist unfassbar. Ja, ich schwöre, ich kann es alles nicht mehr ertragen und nicht mehr hören. Es ist immer dasselbe. Merkt ihr langsam, wie langweilig das ist und wie offensichtlich das alles ist? Man scheint in unserer Geschichte nichts anderes zu finden. Man kommt immer wieder mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg um die Ecke. Merkt ihr das? Wo man also denkt, Alter, leg doch mal eine andere Platte auf. Dann zeigt doch mal, wo wir sonst noch so schlecht waren, dass wir dann angeblich nicht national stolz sein können. Soll ich euch eine Sache sagen? Die finden nichts. Das ist ja das Witzige dabei. Die werden nichts finden. Weiß, als ob all die anderen Länder dieser Welt, die haben alle einen unfassbar guten Ruf. Die haben gar keinen Fleck auf ihrer Weste. All die anderen Nationen, die sind alle gut. Nur die Deutschen. Ach ja, die Deutschen, die haben ja da alles. Ja, ja, ja. Ich meine, guck mal. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Guck mal die Amerikaner an. Schaut mal auf deren Weste. Unter anderem die Amerikaner. Ganz wichtig. Schaut mal auf deren, ach so krass, makellose Weste. Wo die überall Krieg führen. Manchmal, glaube ich sogar, wissen die gar nicht mehr, wo die überall Krieg führen. Da müssen die nochmal nachgucken. Da gucken die auf die Liste. Ach so, da führen wir auch gerade Krieg. Ach, da habe ich schon fast vergessen. Ach, wir sind doch auch in dem Land drin. So, weißt du, so, die sind überall. Aber da ist es scheißegal. Aber, aber, aber Deutsche, da müssen wir immer zurück, zurückerinnern. Da müssen, da müssen wir unbedingt noch einen Geschichtskurs machen. Und außerdem, was hat das eine überhaupt mit dem anderen zu tun? Dass wir heute nicht stolz sein dürfen. Wir sind doch stolz auf das, was jetzt da ist. Warum, warum vergleicht man das eigentlich immer wieder mit der Zeit? Es macht absolut keinen Sinn. Das ist absolut komplett gestört. Das immer wieder mit der Zeit zu vergleichen. Es ist doch wichtig, was jetzt ist. Was interessiert mich, was damals war? Ich kann es doch nicht mehr ändern. Ja, natürlich will ich, dass sowas nie wieder vorkommt. Und wenn es nach mir geht, gibt es auch sowas nicht mehr. Alles gut. Aber ich bin doch stolz für das, was alles es für Errungenschaften gibt. Was deutsche Ingenieure hervorgebracht haben. Was unsere Vorfahren hervorgebracht haben und so weiter. Darauf kannst du doch stolz sein. So, wieso muss ich denn immer wieder daran denken? Oder, dass ich immer wieder daran denken soll? Ja klar, was passiert ist, ist nicht gut. Kriege sind immer schlecht. Aber das sind nicht nur wir, sondern auch andere Nationen. Da ist es genauso schlecht. Und genauso verkehrt. Sie verlieren vor allem gemeinsam. Als Verlierer muss Deutschland im Friedensvertrag von Versailles viele Bedingungen der Siegermächte annehmen. Die ganze Nation hat das Gefühl, der Vertrag ist ungerecht. Die Forderungen zu hart. In der NS-Zeit schlägt Nationalstolz in eine andere Richtung um. Für Adolf Hitler gehörten zum deutschen Volk nur noch Menschen einer arischen Rasse. Juden sollten zum Beispiel kein Teil des Deutschen Reichs sein. Etwa sechs Millionen Juden werden während der NS-Zeit in ganz Europa ermordet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Deutschland geteilt. Im Westen wollen Politiker in erster Linie an den Nationalstolz vor der NS-Zeit anknüpfen. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die demokratischen Bemühungen der Weimarer Republik. Es wird ein deutscher Erfolg gefeiert, nämlich das Grundgesetz, die neue deutsche Verfassung. Auf die sind viele Menschen bis heute stolz. Verabschiedet am 23. Mai 1949. Für die DDR ist Nationalstolz auch ein Mittel zum Zweck. Besonders in den 1980er Jahren versuchen Politiker damit von Krisen abzulenken. Mit der Wiedervereinigung 1990 kommt dann wieder die Frage auf. So, aber die DDR-Zeit, die überspringt man jetzt mal gerne, ne? Aber das passt ja dann nicht so richtig ins Framing-Bild, ne? Was da mit den Menschen im Osten passiert ist, ne? Da will man jetzt nicht drüber reden, ne? Das lässt man jetzt schnell weg. Und dann geht man jetzt auf einmal so auf die Wiedervereinigung. Aber lässt das weg, was da alles im Osten passiert ist, ne? Ach, geht ja nicht. Das kann man jetzt nicht so verkaufen, ne? Das lässt man jetzt weg. Junge, Junge, Junge. Ihr seid so schlecht geworden in dem, was ihr da tut, ne? Und Gott sei Dank kaufen euch das die Leute zum Glück überwiegend nicht mehr ab. Das ist wirklich unfassbar. Aber ja, wie gesagt, am Ende, und ich sag's hier nochmal, die Wahrheit wird sich immer durchsetzen. Das ist einfach so. Die Wahrheit setzt sich immer durch. Das habe ich 2020 gesagt. Guck mal, was sich mittlerweile alles durchgesetzt hat. Ja, wo die uns damals als Schwurbler bezeichnet haben und so weiter. Und auch das hier wird sich ebenfalls durchsetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber gut, mehr sage ich dazu nicht mehr. Was hält uns zusammen? Die Frage, worauf man als Deutscher stolz ist, was ein nationales Gemeinschaftsgefühl auslöst, wird seitdem sehr individuell beantwortet. Und das ist bis heute so geblieben. Das haben wir genau... Ja toll, was hat er da jetzt durchaus gesagt? Durch seinen Geschichtskurs, den er da gerade abgeliefert hat? Was hat er denn jetzt da durchaus gesagt? Außer, dass er jetzt einen kleinen Geschichtskurs gemacht hat. Hat aber die Frage nicht beantwortet, warum wir nicht stolz auf unser Land sein dürfen. Was sollte das denn jetzt? So, wo... Dann liefere mir doch jetzt den Beweis, wo es jetzt schlecht ist, stolz als Deutscher sein zu dürfen. Indem du da so einen Geschichtskurs machst, wo du 1871 anfängst. So 1871 so. Also komm, weißt du was? Komm Leute, wir gucken jetzt weiter. Es ist zu warm. Genau so erlebt. Stirnrunzeln mit Deutschlandfarben im Gesicht. Mit der Flagge feiern, aber trotzdem total verunsichert sein. Bei manchen geht es aber nicht nur um ein ungutes Gefühl. Für sie lösen solche Bilder Angst aus. Wie bei Marc, einem jüdischen Studenten aus Bochum. Aus jüdischer Perspektive ist es so, dass Massenansammlungen von Deutschlandfahnen erstmal einen Schrecken auslösen können, einen überraschen können. Besonders, wenn sie in so einer gewalten Masse wie zu der EM stattfinden und überall sichtbar sind. Angesichts der Geschichte ist halt ein Trauma bei uns, stark verwurzelt. Und wenn wir halt sowas sehen, löst das erstmal einen kleinen Schrecken aus. Warum er trotzdem jahrelang täglich die deutsche Flagge getragen hat, erzählt er uns später. Ich könnte jetzt ganz viel sagen, wirklich, ich könnte ganz, ganz viel sagen, aber ich lasse es einfach sein. Ich lasse es wirklich sein. Es bringt sowieso nichts. Ja, es ist wirklich, es ist so typisch öffentlich-unrechtlich. Also, nee, komm. Wie man mit diesem Gefühl ganz anders umgehen kann, erklärt uns Viktor Abs. Er will mehr fahren und die Nationalhymne häufiger hören. Er ist Teil der Jugendorganisation der CDU und die fordert ein Patriotismusprogramm. Würdest du gerne öfter deutsche Flaggen sehen? Ja, definitiv. Mit seiner Meinung ecke er auch an. Nur weil ich die deutsche Flagge gerne sehe und weil ich gerne sage, ich bin deutscher und ich bin stolz darauf, auch deutsch zu sein und ich setze mich auch für mein Land ein, heißt es ja noch lange nicht, dass ich damit einen exklusiven Nationenbegriff habe und sage, die anderen sind schlecht oder so. Weshalb viele Menschen ein Problem mit Nationalstolz haben, versteht er schon. Wir haben mit unserer historischen Erfahrung einfach einen ganz anderen Blick darauf, weil wir wissen, wozu die Perversion im wahrsten Sinne des Wortes von Patriotismus führen kann, nämlich zu Nationalismus. Was wir Nationalstolz nennen, wird vor allem in der Wissenschaft unterteilt in zwei Aspekte. Nationalismus und Patriotismus. Guck mal, diese Erziehungsprogramme, da wir die versuchen wollen, wirklich einem so weiszumachen, dass wenn du in Deutschland, also als Deutscher, Nationalstolz an den Tag legst, dass irgendwann die Gefahr kommen könnte, dass du dich dann wieder so entwickelst. Also es ist wirklich, es ist nicht mehr in Worte zu fassen. Das heißt nichts anderes und so muss man das auch mal sehen aus dieser Perspektive und das will ich hier nämlich noch abschließend sagen. Das heißt nichts anderes, als dass die uns alle unter Generalverdacht stellen. Das heißt, wir werden von einem zwangsfinanzierten Medium, das sind ja die öffentlich Unrechtlichen, die den Leuten da draußen das Geld wegrauben, was die niemals freiwillig bezahlen würden, die Leute, und dann stellen die uns alle noch unter Generalverdacht. Ich meine gut, mich können sie unter Generalverdacht, ich zahle eh nicht, ja, aber die Leute da draußen, die ihr hart erarbeitetes Geld unter anderem, dann an solche Schundsender abgeben muss, und dann gehen die auch noch hin und versuchen dann die Leute unter Generalverdacht zu stellen. Ja, wenn du so bist, dann könntest du so werden und du musst aufpassen, weil ich weiß doch ganz genau, was in dir schlummert. Ja, so ungefähr kommt es ja rüber. Es ist wirklich, es ist der absolute Wahnsinn und es ist so schade, dass die meisten Leute generell auch diesen ganzen Apparat hier in dem Land nicht erkennen, was hier tagtäglich mit uns gemacht wird, mal abseits jetzt des Nationalstolzverbotes, sondern generell, wie die Öffentlich-Unrechtlichen immer so eine Art Erziehungsauftrag quasi uns verkaufen wollen und dass sie uns generell so erziehen wollen. Ja, das ist wirklich unglaublich. Naja. Und diese Unterscheidung könnte uns helfen, wenn man ein ungutes Gefühl mit dem Thema hat. Nationalismus ist die sehr starke Identifikation mit der eigenen Nation und gleichzeitig die starke Abgrenzung zu anderen. Dazu gehört auch immer ein Gefühl von Überlegenheit und das sorgt für Feindbilder. Patriotismus ist auch stolz auf das Land, aber anders. Hier hat er vor allem mit Stolz auf die demokratischen Erfolge von Deutschland zu tun, also zum Beispiel das Grundgesetz oder die Werte von Deutschland. Aber wie funktioniert das und warum ist das wichtig? Ein Soziologe und ein Psychologe haben uns das so erklärt. Menschen wollen gern zu einer Gruppe gehören und dabei hilft der Patriotismus. Er gibt uns ein Gemeinschaftsgefühl, zu Deutschland zu gehören. Um diese Zugehörigkeit nicht zu verlieren, schützen wir diese Gruppe und verteidigen damit auch die Demokratie und ihre Werte. Das kann dann wiederum andere anstecken. Es ist doch auch selbst, dass hier Patriotismus in dem Land komplett verpönt ist, weil da haben sie ja auch schon wieder Angst. Ja, also es ist wirklich... Ich will eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Es ist Gott sei Dank jetzt gleich vorbei, das Video. Aber Achtung! Auch Patriotismus kann im Nationalismus umschwingen oder getrennt. Also Achtung! Vorsicht, Freunde! Auf keinen Fall! Am besten gar nichts von beiden. Ja, seid nicht mehr stolz auf euer Land und patriotisch bitte auch nicht. Lasst es einfach sein. Ja, bitte. Es ist einfach zu gefährlich, dass ihr euch wieder zu schlechten Zeiten hin entwickeln könntet. Für Victor ist Patriotismus ein Weg, um die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden, Menschen zusammenzubringen. Es geht um die Antwort, um ein gemeinsames Grundverständnis, wer bin ich, wo will ich hin und wer wollen wir als Gemeinschaft sein. Die großen Freiheiten und die Rechten und Pflichten, die wir in Deutschland haben, das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Und da können wir verdammt dankbar sein und verdammt stolz drauf sein. Und es gibt viele, die uns darum beneiden. Und vielleicht sollte uns das auch ein bisschen bewusst sein. Die einzigen, die eigentlich ein großes Problem mit Deutschland haben, sind die Deutschen. Das kann sich aber verändern und das zeigt Marc, der jüdische Student aus Bochum. Eigentlich ist das gar nicht so. Die einzigen, die ein Problem mit Deutschland haben, sind die Massenmedien, die das immer wieder den Deutschen einreden und die Politiker, die ebenfalls viel dafür tun, dass sich die Deutschen schuldig fühlen. Ein Wendepunkt war die Bundeswehr. Das zeigt Marc, der jüdische Student aus Bochum. Sein Wendepunkt war die Bundeswehr. Weil ich auch selber diesen gelebten Patriotismus auch selber erlebt habe. Und zwar habe ich bei der Bundeswehr gedient. Und deswegen sind Deutschlandfahren für mich auch ein ganz anderer Eindruck. Nicht dieser traumatische, sondern dort haben wir halt gemeinsame Werte, demokratische Werte gelebt. Zusammenhalt, Kameradschaft. Und das hat mich auch sehr geprägt und beeindruckt. Und das ist natürlich etwas, was bei mir auch primär auch mitschwingt. Bist du stolz auf Deutschland? Wenn Deutschland und die Nationalfarben dafür stehen, dass wir friedlich und in Freiheit miteinander stehen und umsichtig sind und füreinander da sind, auf uns achtgeben, auf uns gegenseitig, dann ist das etwas, worauf man stolz sein darf. Worauf man stolz sein darf. Darf! Hier hat sich MrWissen2Go mal angeschaut, was wir gegen machen. Meine Güte, es ist wirklich stellenweise unerträglich, sich das generell alles so reinzuziehen. Was da für gezielte Manipulationsmechanismen eingesetzt werden, das ist unfassbar. Einfach eine ganz simple Frage zu beantworten. Ist man stolz auf Deutschland? Ja oder nein? Da muss man nicht so rumdrucksen. Natürlich kann man stolz auf Deutschland sein. Ich bin auch stolz auf Deutschland. Ich bin stolz, dass wir so viele Errungenschaften hervorgebracht haben. Ich bin stolz, dass wir an einer, naja, es war mal so, in einer funktionierenden Demokratie leben. Ja, dass wir in relativer Freiheit leben können, obwohl seit 2020 ist das bei mir da, denke ich mir so, naja, das war mal. Aber natürlich kannst du stolz darauf sein, ja, und musst dir nicht die ganze Zeit einen abbrechen. Und mehr habe ich zu dem ganzen Fürlefanz jetzt ehrlich gesagt nicht mehr zu sagen. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020